Wie sind Sie auf die Firma Steinmetz Dachstuhlprofi aufmerksam geworden? Also uns ist die Firma Steinmetz schon örtlich bekannt und schon länger bekannt und im Presse ist die auch immer vertreten. Sie haben ein Angebot bekommen, war das termingerecht? Ja, war termingerecht. Wurde es verständlich formuliert und besprochen? Ja. War es bedarfsgerecht? War auch bedarfsgerecht, richtig, ja. Die Durchführung, war die termingerecht? Die wurde angekündigt und wurde auch termingerecht durchgeführt, ja. Gab es seitens Firma Steinmetz irgendwelche Verzögerungen? Nein. Der Zeitplan wurde seither jetzt eingehalten? Sehr schnell, also schneller als gedacht sogar. Die Mitarbeiter, waren die freundlich? Sehr freundlich und kompetent, also sie haben sich immer an- und abgemeldet und haben auch immer Auskunft gegeben. Schön. Haben Sie Ihre Baustelle ordentlich verlassen und aufgeräumt? Ja, das haben Sie auch gemacht. Also abends auch immer nochmal die Treppen runtergekehrt, also das hat gepasst. Wie würde Sie die Ausführung einschätzen? War die jetzt professionell, durchschnittlich oder laienhaft? Also aus meiner laienhaften Sicht war sie professionell. War erkennbar, dass alle Details im Voraus geklärt wurden? Ja, alles was man sehen konnte, war gekehrt. Was jetzt da unter der Haut noch rauskam, das wurde dann professionell voll abgeklärt. Dann gab es während der Errichtung, Erstellung jetzt keinerlei Änderungen? Änderungen? Nein, Änderungen gab es keine. Gab es etwas, das man hätte in Planung, Ausführung besser machen können? Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Würden Sie uns weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.